Nachdenkseiten Die kritische Website Maßnahmenkritiker und Polizei Zwei Welten treffen aufeinander Ein Artikel von Andrea Drescher, verantwortlich Redaktion Kaum ein aktiver Maßnahmenkritiker konnte seit Beginn der Corona-Krise ein meist unangenehmes Zusammentreffen mit der Polizei verhindern Besonders in Deutschland, leider aber auch in Österreich waren bzw. sind polizeiliche Übergriffe auf Demonstrationen nichts Ungewöhnliches Dementsprechend scheinen sich die Fronten verhärtet zu haben Doch letzten Endes ist jeder Polizist auch ein Betroffener der Maßnahmen und ihrer Auswirkungen Ob persönlich oder familiär Der Verein Polizisten für Aufklärung, der 2020 in Deutschland gegründet wurde sieht es als Hauptaufgabe an, eine Brücke zwischen beiden Welten zu bilden und einer weiter eskalierenden Entwicklung entgegenzuwirken Björn Lars Oberndorf, erster Vorsitzender des Vereines Das geht im Gespräch mit Andrea Drescher auf die besondere Situation der Polizisten ein die seit März 2020 auf der Straße im Einsatz sind Bei allem Verständnis, das er dadurch schafft, macht er aber auch die besondere Verantwortung deutlich die die Exekutive in der derzeitigen Lage innehat Drescher, wir kennen uns ja schon länger, sind daher per Du Könntest du dich aber trotzdem kurz vorstellen? Oberndorf, ich bin Diplomverwaltungswirt, Kriminologe sowie Polizei- und Politikwissenschaftler Ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit bildet das Verfassungsrecht Ich war unter anderem Untersuchungsführer der BSU, der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen Polizeibeamter und Rettungssanitäter und arbeite seit mehreren Jahren als Dozent in der politischen und beruflichen Erwachsenenbildung Dabei vermittle ich Themen wie Verhaltenstraining, Deeskalation, Konfliktmanagement Wertetraining, Demokratiestärkung, interkulturelle Kompetenz, interreligiöser Dialog und Kommunikationspsychologie Darüber hinaus bin ich auch als Organisationsentwickler und freier Journalist tätig Drescher, die Polizei hat eine große Verantwortung gegenüber dem Staat, aber insbesondere den Menschen im Land Was sollten die Kollegen bei der Polizei aus deiner Sicht in der jetzigen Situation berücksichtigen? Oberndorf, jeder Einzelne muss sich überlegen, warum er sich entschieden hat, Polizeibeamter zu werden Die Beweggründe sind natürlich sehr unterschiedlich Ich bin aber davon überzeugt, dass es vielen ehemaligen Kollegen von mir darum ging, Menschen auch helfen zu können und nicht nur für Recht und Gesetz zu stehen Eine Uniform und eine Waffe zu tragen oder als Beamte einen sicheren Job zu haben wird sicher bei manchen auch eine Rolle spielen Dennoch sehen viele ihre Tätigkeit als einen helfenden Beruf Ob das der Fall ist, kann man diskutieren Für mich persönlich war es aber genau das Und darum sollte jeder als erstes tief in sich gehen und sich mit dieser Frage auseinandersetzen Als zweites haben wir in unserem Rechtsstaat und in unserer Demokratie das Konzept des Staatsbürgers in Uniform Das haben wir streng genommen nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei der Polizei Als Staatsbürger in Uniform ist man primär der Bevölkerung und dem Grundgesetz im Verfassungsrang verpflichtet Wer dann mitbekommt, dass es immer häufiger Maßnahmen gibt, deren Rechts- und Verhältnismäßigkeit infrage zu stellen ist, sollte sich als Polizeibeamter, dem als ständiger Waffenträger eine besondere Verantwortung zukommt, Gedanken über seine Tätigkeiten machen In Nordrhein-Westfalen hat jeder Polizeibeamte, der seit 2002 eingestellt wurde, sechs Semester duales Studium hinter sich und ist ausgebildeter Diplomverwaltungswirt Jeder hat eine sehr fundierte und sehr gründliche Ausbildung durchlaufen und sich auch sehr viel mit Verfassungsrecht und Staatsbürgerkunde beschäftigt Man muss in der Lage sein, und das wird auch gesetzlich nach dem Beamtenstatusgesetz verlangt, die Verhältnismäßigkeit der polizeilichen Handlung selbst auch überprüfen zu können Wenn ein Polizeibeamter in dieser Hinsicht Bedenken hat, muss er remonstrieren, also Einwand erheben Drescher, ich habe aber nicht den Eindruck, dass wirklich viele remonstrieren Warum glaubst du, ist das der Fall? Oberndorf, jede Berufsgruppe zieht bestimmte Charaktere an Kindergärtner, Buchhalter oder Soldat haben doch eher unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen und man das nicht verallgemeinern kann Die Polizei ist wie die Bundeswehr sehr hierarchisch organisiert und hat einen enormen Chorgeist Prof. Dr. Raphael Beer nennt das Ganze Cop Culture Diese Struktur ist darauf ausgelegt, dass Anordnungen, Weisungen, Befehle befolgt werden Man muss sich, um die Frage zu beantworten, damit beschäftigen, wie Polizeibeamte durch das Studium und die Ausbildung gerade in den Einsatzhundertschaften sozialisiert werden Drescher, könntest du das bitte näher erläutern? Oberndorf, auf der einen Seite brauchen wir in der Demokratie den mündigen und kritischen Bürger Auf der anderen Seite kann man in einer polizeilichen Lage nicht jede einzelne Dienstanweisung in jeder Tiefe diskutieren Das gilt auch für Feuerwehr und Rettungsdienst Es gibt systemimmanent bestimmte Anforderungen, damit geschlossene Einheiten wie Einsatzhundertschaften oder das Unterstützungskommando in Bayern funktionieren Wenn es nach der Lageeinschätzung gewalttätig wird, müssen geschlossene Einheiten natürlich geschlossen agieren Man muss zwischen den Einsatzhundertschaften und dem sogenannten Wach- und Wechseldienst, dem Streifendienst, unterscheiden Trotz kooperativen Führungsstils ist die Polizei sehr hierarchisch ausgebildet und organisiert Da man sich gerade in gefährlichen Einsatzsituationen aufeinander verlassen muss Diese Gemengelage zwischen der Anforderung an einen mündigen und kritischen Staatsbürger in Uniform und der systemimmanenten Bedingung in einer Organisationseinheit zu funktionieren bildet das Spannungsfeld, auf dessen Hintergrund die Frage nach mangelnder Remonstration steht Zum einen können es zutiefst menschliche Gründe sein, wie Angst um die Arbeitsstelle Angst vor sozialer Ausgrenzung, Angst, den Hauskredit nicht abbezahlen zu können Der Wunsch, Karriere zu machen Das sind Gründe, die man in vielen Berufsfeldern findet Bei der Polizei gibt es zusätzlich die bereits erwähnte Cop-Culture die eingeschworene Gemeinschaft, die sich aufeinander verlassen muss Zu widersprechen und in die Opposition zu gehen, ist noch mal schwieriger als in anderen beruflichen Kontexten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen in bestimmten Situationen schnell agieren Da kann man Dienstanweisungen nicht diskutieren Übertragen auf das normale Alltagshandeln aber sind diese, gerade was die letzten beiden Jahre bei den Maßnahmen angeht sehr deutlich zu hinterfragen Das tun zu wenige Drescher, die Kollegen machen sich ja eigentlich strafbar, wenn sie nur gehorchen Kann man das so sagen? Oberndorf, jeder Polizeibeamte, jeder Beamte ist nach § 36 Beamtenstatusgesetz für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen vollumfänglich persönlich verantwortlich Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, die dienstliche Anordnung ist nicht rechtmäßig Muss ich remonstrieren oder im schlimmsten Fall sagen Nein, das mache ich nicht Egal, was mir persönlich jetzt passiert Polizisten dürfen in bestimmten Fällen unmittelbaren Zwang anwenden Das ist in engen rechtlichen Rahmenbedingungen auch in einem Rechtsstaat in Ordnung Werden die rechtlichen Rahmenbedingungen aber überschritten Machen sich Polizeibeamte genauso strafbar wie jeder andere Bürger? Ob das dann verfolgt wird, ist eine ganz andere Frage Aber zumindest kann der Anfangsverdacht bestehen, dass sich Polizisten strafbar gemacht haben Drescher, könntest du das konkretisieren? Oberndorf, gerne Dazu ein Beispiel aus der Realität, das ich hier anonymisiert weitergebe Als an den Hauptbahnhöfen noch Maskenpflicht herrschte wurde Herr Müller in Düsseldorf am Bahnhof von der Bundespolizei angesprochen da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug Herr Müller hatte aber ein Attest, was ihn vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit Er erhielt von den Polizisten eine Ansprache dass im Bereich des Hauptbahnhofes die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei Die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutz-Verordnungen soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden Reagierte Herr Müller dann mit Herr Kommissar, ich habe ein Attest und muss keine Maske tragen konnte die Polizei noch fragen Herr Müller, bitte zeigen Sie uns einmal das Attest Zeigte er sein diagnoseloses Attest vor muss spätestens dann die polizeiliche Maßnahme beendet werden wenn es keinen Anfangsverdacht gab, dass das Attest gefälscht ist Die Polizeibeamten hätten Herrn Müller einen schönen Tag wünschen und ihn gehen lassen sollen Bis hierhin wäre die polizeiliche Maßnahme rechtskonform So war das aber nicht Viele Polizeibeamte sind bzw. waren indoktriniert und hatten, unbewusst, schnell das Bild des sogenannten Querdenkers und Corona-Leugners im Kopf Im konkreten Fall hat der einschreitende Polizeibeamte sogar den Namen des Arztes erkannt der im Wording von Teilen der Polizei als sogenannter Corona-Leugner als Schwurbler gilt Damit war für die Polizeibeamten klar, dass es sich um ein Gefälligkeitsattest handeln muss und ihnen ein Schwurbler gegenübersteht Ohne Anfangsverdacht bei Herrn Müller war es aber nicht Aufgabe der Polizei, das zu hinterfragen Trotzdem haben die Polizisten das Dokument an sich genommen Herr Müller wies darauf hin, dass er das Dokument gerne wieder zurückhaben möchte und weitergehen möchte, was die Polizisten nicht erlaubten Herr Müller hat sich dann verbal etwas aufgeregt und wollte ohne sein Attest gehen Daraufhin wurde er unter Einsatz körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, fixiert Handfesseln wurden angelegt und er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht Dabei wurde Herr Müller auch noch verletzt Auch wenn die Maßnahme der Kontrolle hypothetisch rechtmäßig war Alles, was nach dem Vorzeigen des Attestes passierte, waren streng genommen Straftaten Wir reden unter anderem von Freiheitsberaubung, Verfolgung Unschuldiger und von Körperverletzung im Amt Natürlich muss man sich in Ruhe die ganze vermeintliche Tathandlung anschauen Aber das Problem ist, dass es in den letzten zwei Jahren sehr viele polizeiliche Maßnahmen gab Die streng genommen nach unseren Rechtsnormen die Verwirklichung von Straftatbeständen darstellen Drescher Zusammengefasst Es geht um die Verfolgung Unschuldiger ohne konkreten Anfangsverdacht für eine Straftat Nur aufgrund der Indoktrination der Einsatzkräfte Ist das deinen Kollegen bewusst? Oberndorf Nach meinem Kenntnisstand müsste das allen Kollegen bewusst sein Ob wirklich jeder Einzelne in dem Moment darüber nachdenkt, zweifle ich an Das hat viel mit Macht bzw. der Macht Distanz zum Bürger zu tun Drescher Was heißt Macht Distanz? Oberndorf Allein dadurch, dass man Uniform und Waffe trägt und teilweise in der Gruppe auftritt Fühlt man sich aus soziologischer bzw. psychologischer Sicht mächtiger Man hat aufgrund dieser Faktoren auch eine ganz besondere Verantwortung Die meisten Polizisten gehen damit vernünftig um Aber nicht alle Wenn man sich hochwertiger fühlt und glaubt, für Recht, Gesetz und das sogenannte Richtige zu stehen Seinen Gegenüber als sogenannter Schwurbler und Querdenker sieht Hat das Folgen Das ganze Framing sorgt für eine Dehumanisierung Der Gegenüber will ja nur provozieren Der ist ein Staatsfeind, ein Gefährder, ein Ausscheider oder Krankheitsverdächtiger Das sind Erklärungen, die man für das eigene Verhalten findet Ich denke, grundsätzlich müsste es den Polizeibeamten bewusst sein Aber man benutzt aus kriminologischer Sicht sogenannte Neutralisierungstechniken Warum man trotzdem so agiert Und rechtfertigt es, weil man ja der Gute ist Drescher, du hast jetzt Gründe formuliert, warum sich Polizisten so verhalten, wie sie sich verhalten Sind sie nicht auch ein Opfer der politischen Propaganda? Oberndorf Mir ist es ganz, ganz wichtig und das gilt auch für unseren Verein Wir sind ja keine Polizeigegner Wir versuchen Brücken zu bauen Wir sind bzw. waren ja Polizeibeamte, auch wenn vielen die Führung der Dienstgeschäfte verboten wurde Um die Frage zu beantworten Auch ich habe mich in den letzten zwei Jahren persönlich über viele Kollegen geärgert Gerade auf den Demonstrationen Dennoch versuche ich sachlich zu bleiben Meiner Meinung nach ist die Polizei die Organisation, die in den letzten zwei Jahren am meisten Vertrauen bei der Bevölkerung verspielt hat Viele werden sagen, seid ihr ja selber schuld Aber die Polizei wird meiner Meinung nach genauso instrumentalisiert wie andere Behörden Nur, dass die Polizei aufgrund ihrer Funktion omnipräsent in der Öffentlichkeit ist Wenn diese Behörde Vertrauen verspielt, hat das andere Auswirkungen als vielleicht bei der Zulassungsstelle Das heißt ja, man kann durchaus die Polizisten auch als Opfer bezeichnen Da sie zur Durchsetzung machtpolitischer Interessen instrumentalisiert und sinngemäß missbraucht werden Drescher Nachdem ich in den letzten beiden Jahren selber das eine oder andere Mal in Maßnahmen war Und mehr mit Polizisten zu tun hatte als in den letzten 59 Jahren davor Habe ich sehr unterschiedliche Sichten entwickelt Mein Eindruck ist aber zunehmend Das sind nur Menschen, die nicht wissen, was sie eigentlich tun Auf den Demos gab es immer wieder leise Gespräche Ich bin ja eigentlich auf eurer Seite, aber Das finde ich erschreckend Weil es eigentlich ja zeigt, dass sie nicht tun, was sie tun sollten Oberndorf, richtig Wir erleben momentan ein Verhalten der Polizei Breiten Schichten der Bevölkerung gegenüber Das wir in verschiedenen Subkulturen seit vielen Jahren kennen Worüber aber nicht allzu viel berichtet wurde Jetzt kommen viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit der Polizei in Berührung Die früher nicht allzu viel Kontakt mit der Polizei hatten Diese Menschen sind umso überraschter vom polizeilichen Handeln Dazu hat unter anderem Prof. Dr. Thomas Feltes das Buch Der Kampf gegen Rocker, der sogenannte administrative Ansatz und seine rechtsstaatlichen Grenzen herausgegeben Warum erwähne ich das Buch? Das Handeln, das wir teilweise erleben In dem sämtliche Möglichkeiten der öffentlichen Verwaltung weit über die originären Aufgaben der Polizei Beziehungsweise der Eingriffsverwaltung im Allgemeinen ausgeschöpft werden Nennt sich administrativer Ansatz Dabei werden unter anderem andere Behörden eingeschaltet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen Man nutzt in den letzten beiden Jahren kombiniert viele verwaltungstechnische Möglichkeiten Gegen führende Köpfe der Bewegung oder Anmelder von Versammlungen Das geht so weit, dass Arbeitgeber, Berufsverbände oder Kammern streng genommen ohne Sachgrund kontaktiert werden Das Handeln der Polizei und damit verbundene andere Behörden Ist in der Subkultur der sogenannten Rocker schon seit Jahren bekannt Das hat die wenigsten aufgeregt In dieser Subkultur gibt es Menschen, die durchaus straffällig werden Trotzdem dürfen wir nicht verallgemeinern Denn das ist eine Stigmatisierung und Etikettierung bestimmter Bevölkerungsgruppen Zur Bekämpfung der sogenannten Rockerkriminalität gibt es seit vielen Jahren eine sogenannte Null-Toleranz-Strategie Und der administrative Ansatz kommt zum Einsatz Den erleben jetzt breite Schichten der Bevölkerung aufgrund der Maßnahme im Zug der sogenannten Corona-Pandemie Das irritiert Diese Mechanismen und der Einsatz sämtlicher möglicher verwaltungstechnischer Möglichkeiten sind aber nichts Neues Drescher, wie kam es zu dieser Entwicklung? Oberndorf, ich denke, es ist nicht monokausal Das ist sehr diffizil und sehr vielschichtig Also zum einen gehe ich davon aus, dass sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung bis hin zur kleinen Kommunalebene keine wirkliche Exit-Strategie haben Das heißt, sie haben sich nicht überlegt, wie sie aus diesen ganzen Maßnahmenpaketen wieder rauskommen Punkt zwei ist, dass man der Bevölkerung die letzten Jahre so viel Angst und Panik gemacht hat Dass mittlerweile jetzt auch viele Bürger bestimmte Maßnahmen fast fordern Politiker wollen wiedergewählt werden Es geht um den eigenen Machterhalt Wenn sich ein Politiker jetzt hinstellt und sagt Tut mir leid, die letzten zwei Jahre, das war ein Fehlalarm Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt Wollten die Bevölkerung schützen, haben aber übertrieben Dann müsste er ja die Verantwortung für riesige gesellschaftliche, bildungstechnische, wirtschaftliche Folgeschäden bis hin zur Steigerung der Suizidrate übernehmen Und das macht keiner Das würde bedeuten, zurücktreten zu müssen, die Machtposition verlieren und sogar zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zu riskieren Man müsste dann natürlich indirekt oder direkt auch zugeben dass die Menschen, die zwei Jahre so massiv geframed wurden, Recht hatten und man mit denen vielleicht mal hätte reden müssen Krisen sind allgemein ausgedrückt immer die Zeit der Exekutive Gesetz und Verordnungsgeber haben in Krisenzeiten einen bestimmten Einschätzungsspielraum Das Ganze nennt man Einschätzungsprärogative Das heißt, wenn bestimmte Daten und Informationen zur Lageeinschätzung nicht vorliegen muss man trotzdem handeln, um Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren Man darf bestimmte Handlungen erst einmal vornehmen, die nachher unter anderem gerichtlich überprüft werden Das gilt aber nicht nach zwei Jahren Mittlerweile liegen Daten und Informationen vor Die Zeit der Einschätzungsprärogative ist vorbei Jetzt kommt man nicht mehr gesichtswahrend raus Der Schaden, den man angerichtet hat, ist so immens, der wird uns über Generationen begleiten Auch deswegen muss man das bis zum bitteren Ende durchziehen Wie auch immer das bittere Ende aussehen wird Wir sehen ja auch, dass die Krisen ineinander übergehen Und immer ein neuer Schuldiger für die Situation gesucht wird Ob es das Coronavirus oder der Ukraine-Krieg ist Es ist einfacher, auf etwas oder jemanden zu zeigen und zu sagen Der ist schuld an der wirtschaftlichen Misere Als sich hinzusetzen und zu fragen Wo ist denn meine Mitverantwortung? Was habe ich denn vielleicht die letzten zwei Jahre falsch gemacht? Das Ganze ist ein sehr diffiziles Thema, das von Psychologen sehr tiefgehend untersucht werden müsste Drescher, gibt es noch weitere Aspekte? Oberndorf, ja, was noch dazu kommt, ist der Punkt, dass wir sehr viele bekannte und registrierte Lobbyisten in Berlin haben Es stellt sich immer die Frage, ob politische Entscheidungen wirklich zum Wohle der Gesellschaft getroffen werden Oder ob es noch andere Einflussfaktoren gibt Man weiß um die enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft Daher ist die Frage unausweichlich Geht es wirklich aktuell um Gesundheitsschutz? Oder geht es um Gewinnmaximierung bestimmter Unternehmen? Natürlich gibt es noch ganz andere Aspekte, aber davon kann ich nichts belegen Das, was ich gerade genannt habe, beschreibe ich aus meiner Erfahrung als Dozent und Politikwissenschaftler Aufgrund der Dynamik von Politik und Verwaltung sind die Maßnahmen kaum mehr zu stoppen Drescher, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, dass der einzelne Polizist, der sich der Situation bewusst ist, aktiv wird und weitere Entwicklungen zumindest im eigenen Umfeld stoppt? Oberndorf Ja, definitiv Demokratie als Staatsform ist eine Idealvorstellung, auch wenn wir die wirklich wahrhaftige Demokratie nie erreichen werden Weltweit gibt es nicht die wahrhaftige Demokratie, wie sie aus Sicht der Politikwissenschaften definiert wird Aber Demokratie ist einerseits die schwierigste und andererseits die beste Regierungsform, die wir kennen Demokratie muss jeden Tag neu gelebt und erkämpft werden Das Erkämpfen der Demokratie und Bekämpfen von totalitären Strukturen liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen Demokratie ist nicht garantiert Menschenrechte sind nicht garantiert Demokratie wird jeden Tag angegriffen von der eigenen Politik, von den eigenen Bürgern, teilweise von bestimmten Strömungen Und jetzt ganz konkret zu deiner Frage Jeder Einzelne, ob im Einfachen, im Mittleren, im Gehobenen oder im Höheren Dienst, mittlerweile heißt das anders, ist aber egal Muss für sich überlegen, was er mitträgt Jede Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist wie bei einem Zahnwerk, alles greift ineinander Jeder Einzelne kann an seiner Position entscheiden Bis hierher und nicht weiter Nein, ich werde nicht den Kindern verbieten, auf dem Spielplatz zu spielen Nein, ich werde hier nicht mit einem Zollstock durchlaufen und messen, ob die Leute auch wirklich 1,50 Meter Abstand haben Nein, ich werde diese Privatparty mit vier Leuten nicht stürmen Nein, ich werde nicht umsetzen, dass ungeimpfte Menschen nicht in den Laden dürfen All das sind die Entscheidungen, die jeder für sich selbst treffen kann und muss Totalitäre Systeme entwickeln sich gewöhnlich nicht von jetzt auf gleich Wenige Ausnahmen mal außen vor gelassen Es gibt in der politischen Rhetorik das sogenannte Slippery Slope Argument Angelehnt daran, kommunikationspsychologische und dynamische Prozesse können gewollt oder ungewollt Fahrt aufnehmen und ab einem gewissen Punkt nicht mehr oder nur sehr schwer gestoppt werden Irgendwann ist es unumkehrbar Das ist genau das, wovor ich Sorge habe Die extreme Spaltung der Gesellschaft, das Diskriminieren, das Stigmatisieren von Andersdenkenden, das Ausgrenzen von Menschen, das Kategorisieren nach Impfstatus, aber auch die Wortwahl in den Medien, der nicht widersprochen wurde Egal ob das Wissenschaftler, Journalisten oder Politiker waren Diese Entmenschlichung durch Sprache, diese Dehumanisierung, ob man da Impfgegner als Blinddarmfortsatz bezeichnete oder gesagt hat, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen oder Volksfeind nannte Ich möchte das gar nicht weiter ausführen Es sind derartige Formulierungen und Situationen, die unverzeihlich sind Dass es keine Distanzierung, keinen Aufschrei gab bzw. gibt Und bestimmte Begriffe sogar in den Verbands- und Gewerkschaftszeitschriften der Polizei genutzt werden Macht etwas mit den Einsatzkräften Brescher Glaubst du, dass wir es noch schaffen, diesen Slippery Slope wieder hochzukrabbeln? Oberndorf Ich bin grundsätzlich ein zutiefst optimistischer Mensch Muss aber auch ehrlich sagen Ich hätte mir viele Dinge, die in den letzten zwei Jahren passiert sind, so nicht vorstellen können Nicht in dieser Geschwindigkeit Ich glaube aber, dass am Ende alles gut wird Wir als Gesellschaft diese gesellschaftliche Spaltung überwinden Und langfristig auch gestärkt aus der Situation hervorgehen werden Aber wann das sein wird Was bis dahin noch alles passieren wird Ob es noch zu viel größeren gesellschaftlichen Verwerfungen führen wird Das mag ich nicht vorhersagen Offen gesagt Ich glaube, wir werden es überwinden Aber ich befürchte, dass es bis dahin noch deutlich schlimmer werden wird Brescher Können bzw. müssen wir versuchen, zwischen Polizisten und Demonstranten mehr Solidarität aufzubauen Siehst du da eine Chance? Oberndorf Ich weiß, das ist schwierig, da sehr viel passiert ist Es ist ja nicht so, dass ich persönlich nicht auch schon Herausforderungen zu meistern hatte Und das macht es schwer, als Gesellschaft zu überstehen Aber trotzdem Ich würde auf die Polizei zugehen Mit den Polizeibeamten vernünftig umgehen Nicht versuchen, sie zu missionieren Sie aber respektvoll zu behandeln Auch wenn man selber vielleicht nicht immer respektvoll behandelt wurde Ich weiß, es wird wieder Kritik dafür geben, dass ich das sage Aber es ist meines Erachtens wichtig Gerade wir als Polizisten für Aufklärung versuchen genau das Wir versuchen Brücken zu den Einsatzkräften zu bauen Diese Einsatzkräfte sind Teil der Gesellschaft, Teil der deutschen Bevölkerung Staatsbürger in Uniform Wenn wir eine bessere Welt wieder gemeinsam hinbekommen wollen Dann bringt es nichts, wenn wir gegenseitig weiter Feindbilder aufbauen Drescher Gerade die Polizisten für Aufklärung waren es Die mir mein tief verankertes und seit 2020 leider weiter verstärktes Feindbild Polizei genommen haben Darum Lass uns weiter Brücken bauen Mit Feindbildern kommen wir nicht weiter Danke für dein bzw. euer Engagement Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de Oder im Beschreibungstext unter dem YouTube Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte after einmal Und Sie können uns jetzt Frage